Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Unsere Expedition von Aristoteles zur Stringtheorie, die hatten wir begonnen mit der Fragestellung, können wir die Welt verstehen? Und wer diesen Anspruch erhebt, der landet sehr schnell bei einer Verwandtenfrage, woraus besteht denn diese Welt überhaupt? Und wenn es kleinste Bestandteile gibt, wie interagieren die miteinander? Welche Kräfte bestimmen das Ganze? Und da haben wir uns schrittweise vorgekämpft, haben erkannt, dass es Atome gibt, kleinste Bestandteile, die man dann aber wiederum aufteilen konnte, in Protonen, Neutronen und Elektronen, die drei großen Player, die alles das, was wir so sehen, was so kreucht und fleucht um uns herum bestimmen, die wiederum durch Elektromagnetismus sehr stark wechselwirken, durch ihre elektromagnetische Ladung. Das hat uns dann zu einem Feld geführt, zu einem elektromagnetischen Feld und einer übergeordneten Theorie der Quantenelektrodynamik. Diese Theorie war extrem erfolgreich. Sie erinnern sich an die zwölf Stellen Übereinstimmung mit dem Experiment bei der Bestimmung des anormalen G-Faktors, des Elektrons. Und dann haben wir diese Theorie genommen und haben sie aufgebohrt, um auch die Wechselwirkungen der kleinsten Bestandteile innerhalb der Protonen und Neutronen zu verstehen, der Quarks. Das hat uns zur Quantenkromodynamik geführt. Dann zerfallen diese Teile aber auch, obwohl sie effektiv zusammengehalten werden. Gibt es eine weitere Kraft, die schwache Kernkraft. Und die konnten wir schließlich mit dem Quantenflavor, der Quantenflavor-Dynamik dieser großen Feldtheorie beschreiben. Das waren schon ein paar steile Anstiege, würde ich mal sagen. Dann kamen noch die Symmetrieüberlegungen dazu. Und jetzt endlich erreichen wir ein Plateau auf unserer Wanderung. Und auf diesem Plateau würde ich heute gerne eine Art Biwak-Schachtel errichten, wenn Sie das kennen von Hochgebirgswanderungen. Also ein Basislager, von dem aus wir dann weitere Expeditionen unternehmen können, jenseits dessen, was wir heute machen, nämlich das Standardmodell. Das wird unser Basislager werden. Und dann werden wir Expeditionen zur Supersymmetrie, zur Quantenschleifentheorie, zur Stringtheorie, zu Überlegungen jenseits dieses Standardmodells machen. Kurzum, heute geht es um das Standardmodell. Das Standardmodell erinnert in seiner Zielsetzung sehr an das Periodensystem der Elemente, Mendeleev. Es feiert ja gerade 150-jähriges Jubiläum. Und auch damals hatte man den Versuch unternommen, diese Flut an Information, die man gewonnen hatte, immer mehr Elemente, immer mehr Substanzen mit bestimmten Eigenschaften, man hat den Versuch unternommen, das alles auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner herunterzubrechen, auf einen Minimalsatz an Bausteinen, aus denen man all das dann irgendwie zusammenbauen kann. Und dann hat man es gruppiert in Eigenschaften, Sie kennen all diese Geschichte. Wieder haben wir in einer neuen Forschergeneration sehr, sehr viel Information zusammengetragen und sehnen uns nach Vereinfachung, nach einem wiederum Minimalsatz, diese Welt jetzt zu beschreiben. Beginnen wir mit dem Elektron. Das konnten wir eins zu eins herüberretten ins Standardmodell. Es war das erste fundamentale, elementare Teilchen, das überhaupt entdeckt wurde und findet wiederum Einzug in unser neues System. Anders sieht es aus mit den Protonen, von denen man eben lange Zeit dachte, sie wären fundamental und elementar und mittlerweile wissen wir ja, sie sind aus Quarks zusammengesetzt. Also müssen wir in unser neues System anstelle des Protons jetzt Up- und Down-Quarks setzen. Das ist nicht weiter dramatisch. Bei einem Zerfall hat sich dann gezeigt, Sie erinnern sich an Pauli, Wolfgang Pauli, der den Energieerhaltungssatz hochgehalten hat und der scheinbar jetzt bei einem Zerfall verletzt war, wenn so ein Neutron zerfällt zu einem Proton und einem Elektron, dann waren diese Energien nicht so, wie man sie eigentlich erwartet hätte. Da fehlte immer noch eine Komponente und dann hat er eben kurzerhand gesagt, naja, da muss noch ein zusätzliches Teilchen sein, das nennen wir Neutrino. Das sehen wir nur heute noch nicht mit unseren heutigen Möglichkeiten. Das werden die irgendwann dann schon mal messen. Und so war es dann auch. Jahrzehnte später wurde es gemessen und da kam es ja dann zu dem schönen Spruch, der ja über die Teilchenphysik hinaus durchaus Gültigkeit hat von Wolfgang Pauli. Alles kommt zu demjenigen, der es versteht, darauf zu warten. Ein weiteres Teilchen müssen wir also einbauen in unser System. Ein Neutrino, ein Elektron-Neutrino. Und damit wären wir tatsächlich wiederum sehr erfolgreich, erst mal die Bestandteile, noch nicht ihre Wechselwirkung, aber die Bestandteile zu beschreiben, der Dinge, die uns da so im täglichen Leben umgeben. An den Beschleunigern, da haben sich dann leider neue Teilchen gezeigt und das hat dann diese Familie, die wir jetzt hier gesehen haben, mit Updown und Elektron und Elektron-Neutrino, erweitert um zwei weitere sogenannte Generationen von Teilchen, Teilchenfamilien. Es gab also auch Charm- und Strange-Quarks und Bottom- und Top-Quarks. Wir haben also jetzt sechs Quarks, diese violetten Bestandteile in der Grafik und natürlich jeweils auch diese Anti-Teilchen dazu. Sage ich am Schluss vielleicht nochmal ein bisschen was. Und wiederum zu jeder dieser neun Generationen jetzt gibt es ein eigenes Neutrino, das dann bei den entsprechenden Zerfallsreaktionen, bei denen diese Dinge involviert sind, auftritt. Es gibt also nicht nur das Elektron-Neutrino, sondern auch ein Myon- und ein Tau-Neutrino. Entsprechend hat auch das Elektron-Geschwister, wenn man so will, nämlich das Myon und das Tau. Das macht es ein bisschen, ja, unübersichtlicher, aber es sind immer noch relativ wenige Bestandteile. Das ist immer noch ein handliches Konzept, gemessen an den unzähligen Dingen, die uns vor die Füße gefallen sind, in den Beschleunigern. Jetzt war noch die Frage, wie wechselwirken diese Teilchen miteinander. Da gab es jetzt drei fundamentale Kräfte, die wir mit diesem Standardmodell beschreiben können. Zum einen den Elektromagnetismus. Da gab es dieses Austauschteilchen in Form des Photons. Das sind virtuelle Photonen, die jetzt zwischen diesen elektromagnetisch geladenen Teilchen diese Kraft vermitteln. Das war eine wunderbare Angelegenheit, weil das Photon selber keine Ladung trägt, masselos ist. Ein wunderbar gutmütiges Austauschteilchen, das diesen Elektromagnetismus vermittelt. Ein bisschen wilder wird es dann schon bei der Quantenchromodynamik. Da musste man dann nämlich dieses Konzept dann aufbohren, dieser gutmütigen Photonen, um diese Kraft zu beschreiben, die starke Kernkraft, die dann die Quarks zusammenhält. Da waren eben jetzt drei neue Ladungen nötig, die man dann Farbladungen nannte, weil nach außen hin betrachtet die Quarks immer in Gruppen auftreten, nie einzeln. Wir sehen also nie eine einzelne Farbladung, sondern nach außen hin betrachtet sind diese Geschichten farbneutral, so ähnlich wie eben dann Rot, Grün und Blau, nach außen hin neutrales Weiß ergeben. Sie erinnern sich an diese eigenwillige Namensgebung der Quantenchromodynamik. Entsprechend gibt es also jetzt hier Gluonen, die wir mit aufnehmen müssen. Genau genommen sind es acht verschiedene Gluonen. Sechs davon sind gekennzeichnet durch jeweils eine Farbe und eine Antifarbe. Zwei davon sind nach außen hin neutrale Überlagerungen. Das sind im Endeffekt alles Details. Acht Gluonen kleben das Zeug zusammen. Und das Kleben selber vollzieht sich durch diese Farbumwandlungen, durch diese Farbladungen. Dummerweise sind halt jetzt diese Austauschteilchen, diese Gluonen selber mit Farbladung versehen. Und, was noch schlimmer ist, die Quarks, die tragen nicht nur Farbladung, sondern zusätzlich auch noch elektromagnetische Ladung. Das hat das Ganze ein bisschen verkompliziert, aber es hat immer noch wunderbar Platz in unserer Grafik. Wir nehmen einfach hier mal nur Gluonen mit dazu, die diese Kraft vermitteln. Ähnlich einfach ist es dann, die Quantenflavordynamik mit aufzunehmen. Da haben wir jetzt nicht acht Gluonen oder sowas, sondern da haben wir jetzt zwei W-Bosonen und ein Z-Boson. Das Z-Boson ist elektrisch neutral, W-Bosonen gibt es negativ und positiv geladen. Ich zögere ein bisschen jetzt, kurz was zu erzählen zu der Frage, warum hat denn das Z eigentlich kein Antiteilchen? Aber das nehmen wir jetzt gleich mit rein. Was heißt Antiteilchen? Antiteilchen heißt, dass wir die Ladung mit einem veränderten Vorzeichen betrachten. Also aus einem Elektron mit negativer Ladung wird ein Positron mit positiver Ladung. Ein paar andere Quantenzahlen werden auch verändert. Leptonenzahl beispielsweise. Aber im Wesentlichen ist es nur eine Vorzeichendrehung der Ladung. Auch aus einer Farbladung wird die Antifarbe merken wir uns einfach mal von normal zu Antiteilchen müssen wir nur diese Ladung drehen mit dem Vorzeichen. Und jetzt gibt es Teilchen, die sind eben nicht geladen. das Photon. Von dem habe ich ja gerade schon, ich habe es ja gerade schon gelobt, gewissermaßen, weil es diese Schwierigkeit nicht mit sich bringt. Oder eben das neutrale Z-Boson. Das heißt also, wenn wir hier das Vorzeichen drehen und die Ladung ist null, dann bleibt es bei diesem Teilchen. Diese Teilchen sind ihre eigenen Antiteilchen. Achtung übrigens, das sehe ich immer wieder, andere Quanteneigenschaften werden hier nicht gedreht. Also in erster Linie die Masse, der Spin, diese fundamentalen Eigenschaften bleiben erhalten. Also das Positron und das Elektron, das haben die identische Masse und haben auch den identischen Spin. Da wird nicht irgendwo am Vorzeichen was gedreht. Auch die Zerfallsdauern sind identisch beispielsweise. Also Teilchen und Antiteilchen sind schon sehr, sehr eng miteinander verbunden. Man sieht sie auch schon daran, dass sie sich letztendlich komplett zu Energie vernichten können, zerstrahlen können. Das ist die ganze Schönheit des Standardmodells. Der überwiegenden Mehrheit gibt es zusätzlich noch Antiteilchen und manche sind eben ihre eigenen Antiteilchen. So wunderbar sieht das jetzt aus. Wir haben diese pinkfarbenen Borgs, diese grünen Leptonen, wie man die nennt. Lepton von leichte Teilchen. Wobei sich das relativiert hat mit den späteren Funden. Das Elektron war zugegebenermaßen mit 0,511 MeV ist das noch sehr leicht. So ein Myon, das bringt dann schon ein bisschen über 100 MeV auf die Waage. Und das Tau ist dann schon mit 1,77 GeV das ist dann schon ein Brummer. Also wir wissen ja, das Proton liegt mit 938 MeV knapp unter einem GeV eben jetzt. Das ist ja ein Tau und wäre ja schon ein dickerer Brummer. Die Neutrinos, also zu Neutrinos könnte man ein Dutzend Videos machen. Haben wir ja auch im Endeffekt. Es gibt eine eigene Playlist zu diesem Thema. Deshalb wollte ich es nicht zu breit jetzt nochmal ausbreiten jetzt hier. Vielleicht die Kurzgeschichte. Pauli erkennt diesen Energieerhaltungssatz, der nicht verletzt werden soll, führt das Teilchen ein und dann wird es tatsächlich irgendwann mal gemessen in Reaktionen, obwohl es so extrem scheu ist und eigentlich so Neutrinos sind diese Ignoranten des Universums, wo es kaum wechselwirkt. Das durchliegt Lichtjahre von Wasser beispielsweise, bis da überhaupt mal eine Reaktion stattfindet. Wie will man das dann detektieren, wenn so ein Teilchen eben so gut wie nicht wechselwirkt? Wir können gerne Lichtjahre großen Wassertanks aufstellen, aber es gibt einen glücklichen Umstand, es kommen wahnsinnig viele von diesen Neutrinos bei uns an. Und weil es so extrem viele sind, reicht auch ein kleinerer Tank, Super Kamio Kande, ist so die Mutter aller dieser Experimente, so ein 50.000 Tonnen Bottich, den man da in einer alten ausgedienten Mine im Bezirk Kamio K aufgestellt hat, unterirdisch, um sich zu schützen von den ganzen Schmutzeffekten, weil wenn ich sowieso am Tag nur zwei, drei Neutrinos messe, dann muss ich möglichst das Hintergrundrauschen weghalten, deshalb geht man halt unter die Erde in alte Minen. Man hat also nach solchen Reaktionen gesucht, mit denen man die Neutrinos doch irgendwie aus der Reserve kitzeln kann. Man hat auch gesehen, dass es Möglichkeiten gibt, rein chemisch, zum Beispiel wird aus Chlor-37, Argon-37 ab und an unter starkem Neutrino-Beschuss. Das Dumme an diesen chemischen Verfahren ist aber, dass wir keine Richtung oder keinerlei Zusatzinformation erhalten. Wir können das einfach nur zählen. Wir können sagen, so und so oft ist es passiert, hat es stattgefunden, aber wir sehen nicht, von woher kam das Neutrino oder wir können kaum Rückschlüsse ziehen. Auch sind die Energien schwierig. Wir kriegen von der Sonne nur Neutrinos in einem bestimmten Energiefenster und da gibt es nicht so viele Reaktionen, die da zur Verfügung stehen. Chlor-37 zu Argon-37 oder Gallium-71 zu Germanium-71. Das ist sogar nochmals energetisch tiefer, das ist das Beste, was wir da so haben. Wenn wir niedrige Energien detektieren wollen an Neutrinos, auch hier können wir wieder nur zählen. Und dann gab es eben diesen Super Kamiokandi, diesen großen Wasserbottich und da konnte man jetzt die Richtung auch bestimmen. Weil hier nämlich nicht chemisch agiert wird, sondern hier werden wirklich Bestandteile gestoßen, freigestoßen in Reaktionen. Und so ein entstehendes Elektron beispielsweise in einer solchen Reaktion das bekommt so viel Energie ab, dass es sich in diesem Medium im Wasser schneller bewegt als das Photon. Und das hat fundamentale Auswirkungen, weil es ein geladenes Teilchen ist. wenn so ein geladenes Teilchen an irgendwelchen größeren Bestandteilen dieses Wassers vorbeirauscht, dann bringt es diese Bestandteile aufgrund dieser Ladung in Unruhe. Es wird was angeregt, da werden Elektronen auf höhere Bahnen geregt und da passiert was. Das ist nicht von Dauer. Dieser angeregte Zustand geht in den Grundzustand wieder über und dabei wird dieses Energiepondant wieder abgestrahlt. Damit bekommen sie Licht. Das ist auch hier in diesem Raum so. Wenn ich hier was geladenes durch den Raum ziehe, dann würden hier auch Moleküle beeindruckt werden in der Luft und sonst irgendwas, nur hier im Raum sehen sie dann nichts weiter, weil diese frei werdenden Photonen sofort mit Lichtgeschwindigkeit destruktiv interferieren. Also die löschen sich einfach sofort wieder weg. Das Ganze passiert ja jetzt irgendwie links davon und rechts davon und da kommt es zu einer destruktiven Interferenz. Wenn sie aber jetzt schneller unterwegs sind in dem Medium als die Photonen hinter ihnen irgendwie destruktiv interferieren können, wenn sie schneller sind als das Licht, dann schaffen sie ist, dieses sogenannte Cherenkov-Licht nach Pavel Cherenkov, der sich als erster zusammen gereimt hatte, wie so eine Art Bugwelle vor sich aufzustauen und dann ist es wie bei einem Überschallknall quasi, dann spitzt sich das vor ihnen zu und dann kriegen sie bläuliches Licht in diesem Medium. Vorsicht, die Frage kommt dann immer wieder, wie kann man sich denn schneller bewegen als Photonen im Medium, im Wasser. Im Wasser ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht eben nicht 300.000 Kilometer pro Sekunde, sondern so typischerweise 225.000 Kilometer pro Sekunde. In Eis ist es nochmal einen Ticken schneller, ich glaube 229.000 Kilometer pro Sekunde, da gibt es auch ein großes Experiment, den Ice Cube, da nimmt man nicht 50.000 Tonnen Wasser in den Behälter, sondern eben einen Quadratkilometer eines Eiswürfels. Am Südpol natürlich, da ist genügend Eis vorhanden, das ist aber jetzt noch nicht durchsichtig, um dieses Tscherenkov-Licht gut sehen zu können, das heißt also, man muss sehr tief bohren, typischerweise eineinhalb bis zweieinhalb Kilometer tief, man hat dort, beim Eisgub hat man zum Beispiel 86 Löcher gebohrt und hat dann in diese Löcher Photomultiplier versenkt, eineinhalb bis zweieinhalb Kilometer tief und dort ist dann der Druck so stark, dass das Eis optisch durchsichtig wird für das Tscherenkov-Licht. Das kommt jetzt nicht wirklich weit, also spätestens nach 100 Metern ist das im Eis absorbiert, das heißt, Sie können jetzt die Multiplier nicht beliebig weit voneinander entfernen, aber Sie machen sich hier ein schönes Array und dann kriegen Sie immer wieder mal so einen Durchlauf eines Neutrinos und jetzt können Sie eben auch, weil es eine klare Stoßrichtung gibt, das Neutrino kommt von irgendeiner Richtung, veranstaltet etwas in einer damit korrelierten Richtung und damit können Sie anhand dessen, was dann jetzt hier entsteht, anhand dieses Tscherenkov-Lichts zurückrechnen, welche, also aus welchem Winkel ist denn dieses Neutrino hier angerauscht gekommen. Und all das haben wir zusammengetragen, all diese Erkenntnisse und wollten ein großes Rätsel lösen, anhand des Standardmodells, weil es war klar, wie viele Neutrinos es sind. Vermutlich kennen Sie jetzt alle diese Geschichte mit dem Daumennagel und diesen 70 Milliarden Neutrinos pro Sekunde, die jetzt durch ihren Daumennagel schlagen. Woher kommt die Zahl überhaupt? Das ist eine unglaublich beeindruckende Zahl, aber wie kommt man da drauf? Die hat ja noch niemand gemessen oder gezählt in so einem Daumennagel. Das ist ganz einfach. Man könnte es an die Tafel schreiben, aber es ist im Endeffekt nur eine triviale Überlegung. Wir wissen, wie hell die Sonne insgesamt leuchtet. Das sind 3,85 mal 10 hoch 26 Watt. Das ist einfach diese gesamte Leistung, die die Sonne da wegballert. Und dann stellt sich die Frage, woher kommt denn diese Leistung? Natürlich aus den Fusionsreaktionen in ihrem Inneren. Man betrachtet also eine einzelne Fusionsreaktion und schaut, wie viel Energie kommt denn dabei raus. Und das sind so 26,7 MeV. Dann überlegt man sich noch, hey, im Endeffekt müssen zwei solche Reaktionen ablaufen, bis es zu Helium kommt. Also zwei Protonen müssen zu Deuterium fusionieren, zwei Protonen müssen zu Deuterium fusionieren und dann diese beiden Produkte erst zu Helium. Das heißt also, wir haben zwei Neutrinos pro Reaktion. Weil bei jedem Fusionieren von Proton und Proton wird hier eines dieser Neutrinos freigesetzt. Das ist nur ein Faktor 2 in dem Ganzen. Spielt eh keine Rolle bei so großen großzügigen Betrachtungen. Dann nehmen Sie diese 3,85 mal 10 26 Watt, dividieren Sie durch die 26,2 MeV nur, nicht 26,7 weil eben ein halbes MeV wird weggetragen von den Neutrinos. Das können Sie jetzt zur Strahlungsleistung der Sonne nicht dazurechnen. Und dann kommen Sie so ganz grob auf 1,8 mal 10 hoch 38 Neutrinos pro Sekunde 10 hoch 38 Also das ist schon meine Ansage und jetzt sind wir aber 150 Millionen Kilometer entfernt das heißt Sie müssen diese 1,8 mal 10 38 verteilen auf eine Kugel Oberfläche mit einem Radius von 150 Millionen Kilometer Sie dividieren das also nur durch 4 Pi und 150 Millionen Kilometer zum Quadrat und dann kommen Sie auf diese unfassbare Zahl von 64 Milliarden pro Quadratzentimeter anhand dieser Abschätzung Also im Buch habe ich es genau vorgerechnet wäre das nachschlagen So kommt die Zahl zustande das ist der Erwartungswert wenn Sie also so ein Bottich aufstellen oder so ein Array im ewigen Eis des Südpols aufgestellt haben und sich auf die Lava legen dann wissen Sie ungefähr was rauscht da durch und dann können Sie Rückschlüsse ziehen anhand dessen was Sie tatsächlich messen auf diese Reaktionsraten da hat man dann schnell festgestellt das ist auch alles sehr energieabhängig das heißt die Neutrinos reagieren tatsächlich häufiger bei höheren Energien das war dann auch ein Schlüssel zum Erfolg Ihnen mehr Informationen aus der Nase zu ziehen man hat nämlich dann selber Neutrinos erzeugt an großen Reaktoren mit sehr sehr hoher Energie viel höher als jetzt der Fall ist bei diesen solaren Neutrinos und hat die dann ganz gezielt irgendwo hingeschossen wo dann zum Beispiel auf Super Kamiokande und konnte dann höhere Reaktionen provozieren und dann ganz gezielte Übergänge betrachten warum hole ich so weit aus weil ich versuchen möchte etwas zu erklären was nicht ganz einfach zu erklären ist wir haben nämlich festgestellt dass diese Neutrinos sich ineinander umwandeln man nennt das Neutrino Oszillation das ist auch ein wesentlicher Bestandteil des Standardmodells insofern dass wir gelernt haben dass einige dieser Zustände in Überlagerung vorliegen vielleicht erinnern sie sich noch an Schrödingers Katze die hatten wir in der Quantenmechanik mal besprochen und da hatten wir auch zwei mögliche Zustände dieser Katze die irgendwie überlagert waren kohärent und solange niemand misst ist auch nicht klar welches Ergebnis wäre denn bei der Messung dann tatsächlich raus gekommen jetzt haben wir hier drei mögliche Zustände dieser Neutrinos und tatsächlich liegen sie in einer Mischung dieser drei möglichen Zustände vor ganz genau genommen sind es nicht mal Mischungen dieser drei Zustände Elektron Myon und Tau Neutrino sondern es sind noch mal andere Eigenzustände aber das sind jetzt alles Details wichtig ist nur die Vorstellung wenn sie so ein Neutrino haben das sich irgendwo bei der Sonne auf den Weg macht zu ihnen zu ihrem Detektor dann kann das unterwegs mal ein Elektron Neutrino sein und mal ein Myon Neutrino oder mal ein Tau Neutrino insbesondere wenn es dann nicht den leeren Raum durchfliegt sondern eben Materie da kommt es ja auch nochmal zu entsprechenden Umwandlungen also wir mussten dieses System dieses Standardmodell nochmal biegen und verformen um das abzubilden was uns die Natur wirklich gezeigt hat so ähnlich ist es uns ja auch schon begegnet bei den Kaonen wenn sie sich an diesen Symmetriebruch erinnern den hatten wir im letzten Video gemacht da waren ja auch Kaonen in einem Mischzustand und da gibt es dann schneller zerfallende und langlebigere je nachdem auf welchem Fuß sie das Kaonen dann gewissermaßen erwischen gerade stellen Sie sich vielleicht vor sie haben eine Handynummer von so einem Neutrino das macht sich irgendwo auf den Weg und es ist oft so man ruft jemanden am Handy an und man weiß genau wer dran ist das ist das Neutrino oder ein Partner oder was immer oder wer auch immer und mal erwischt man ihn in einem gewissen Zustand vielleicht vormittags in der Arbeit im Stress kurz angebunden du wenig Zeit und kann jetzt nicht und also mit gewissen Eigenschaften und am Wochenende wenn ich mit derselben Handynummer anrufe also denselben Messprozess durchführe gewissermaßen dann erlebe ich eine völlig andere Person ausgelassen und mit Zeit auf mein Gespräch einzugehen oder wie immer das heißt also auch ein Mensch ist in gewisser Weise ein Überlagerungszustand aus vielen Möglichkeiten und ich erwische ihn mal so und mal so auf falschem Fuß oder vielleicht auf geeigneterem um jetzt auf meine Bedürfnisse einzugehen und so ähnlich muss man sich vielleicht so ein Neutrino vorstellen da gibt es einfach Möglichkeiten bei einem Messprozess das eine oder andere Ergebnis zu erzielen es gibt eine schöne quantitative Auswertung dazu also man sieht jetzt hier zum Beispiel sehr schön schwarz das Elektron Neutrino und es startet mit 100% Wahrscheinlichkeit sagen wir mal an der Sonnenoberfläche und dann sehen sie wie in Abhängigkeit der Energie die das Neutrino mit auf den Weg bekommt und in Abhängigkeit der Länge die das Neutrino durchflogen hat sehen sie dann dass die Wahrscheinlichkeit irgendwann nicht mehr 100% ist ein Elektron Neutrino zu sein und dafür werden andere Wahrscheinlichkeiten jetzt hier farblich aufgefüllt es könnte also mal ein Tau Neutrino oder ein Myon Neutrino sein mit dem wahrscheinlicheren jetzt hier als Myon Neutrino und in Abhängigkeit dieser Längen die durchflogen werden diese Entfernungen und diese Energien kommt es hier eben zu einer solchen Schwankung mal ist es das mal ist es das mal ist es das und entsprechend werde ich bei einer Messung unterschiedliche Ergebnisse erhalten und das nimmt Einfluss auf unser Standardmodell wirklich faszinierend ist auch die Ausbreitung der Wellenfunktion die diese Oszillation beschreibt natürlich starten wir scharf lokalisiert nur wir haben unterschiedliche Möglichkeiten wir können zu einem bestimmten Zeitpunkt was sehr leichtes was mittleres oder einen echten dicken Brummer messen und diese unterschiedlichen Masseneigenzustände die werden sich natürlich unterschiedlich schnell ausbreiten das heißt auf gut Deutsch der dicke Brummer wird ein bisschen hinterher hinken was dazu führt dass sich natürlich die Form dieser scharf lokalisierten Wellenfunktion verzieht es dispergiert die einzelnen Möglichkeiten breiten sich unterschiedlich schnell im Raum aus es sind bizarre Teilchen und es ist eine bizarre Welt in der wir leben für den Nachweis der Neutrino Oszillation gab es auch 2015 den Nobelpreis der ging an Takaaki Kajita und diese japanischen Namen er möge es mir verzeihen wahrscheinlich spricht man ihn völlig anders aus da lobe ich mir den Zweiten das ist nämlich Arthur McDonald's McDonald's das kann man sich doch mal merken und die haben jetzt diese Oszillation nachgewiesen das muss man sich mal vorstellen Teilchen die sowieso kaum wechselwirken wo sie nur ab und an irgendeine Reaktion irgendwo mal haben in einem dieser Detektoren da weisen sie eine Oszillation nach und das hat deshalb funktioniert weil man zwar mit keinem der Detektoren wirklich die drei Neutrino Arten unterscheiden kann explizit aber es gab einen Trick wenn man nicht Wasser aufgestellt hat nicht ein Wasserbottich sondern schweres Wasser D2O nicht H2O dann konnte man zumindest sagen das war irgendein Neutrino was diese Reaktion hinterlassen hat das war eine Aussage die man treffen konnte und die zweite Aussage das war ein Elektron Neutrino das diese Reaktion gemacht hat irgendeins oder ganz genau ein Elektron Neutrino jetzt konnte man also all diese Reaktionen die irgendeins gemacht hat nehmen all die die ein Elektron Neutrino eindeutig gemacht hatte die zieht man einfach ab dann hat man all die anderen also die anderen beiden Neutrino Reaktionen weil die jetzt irgendeins waren aber eben nicht explizit eine Elektron Neutrino das war schon ein wesentlicher Baustein und man konnte dann am Super Camukande auch noch die Richtung bestimmen man konnte also zeigen dass wenn solche Teilchen in der Atmosphäre entstehen also wenn das unser Planet ist und in der Atmosphäre entsteht jetzt irgendwie so ein Schauer solcher Zerfallsreaktionen da werden solche Neutrinos freigesetzt und sie haben jetzt hier unten ihren Detektor dann können sie im Detektor genau bestimmen kam das Ding jetzt aus einer Reaktion der Atmosphäre hier oben durch den Planeten hindurch und im Detektor dann von unten nach oben oder kam das Ding im Detektor von oben nach unten nämlich in einer atmosphärischen Reaktion hier auf der Unterseite des Planeten also man konnte die Richtungen heraus kitzeln aus den anderen Reaktionen dann sagen welches war welches oder zumindest welches war es nicht und im Zusammenbau dieser Erkenntnisse konnte man dann so eine Neutrino Oszillation nachweisen dann hat dass man eben mit sehr hoher Energie auch in Japan wurde das gemacht auf den Super Kamiokande geschossen hat mit definierten Neutrinos und konnte dann auch den Erwartungswert ermitteln und hat gesehen nein so viele Elektron Neutrinos kamen nicht an ein Teil davon hatte sich umgewandelt in irgendwas anderes da hatten wir ein eigenes Video mal dazu gemacht ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur über Neutrinos reden lassen eine eigene Playlist dazu da finden sie ein Dutzend Videos zu Neutrinos und all diesen Facetten die hier eine Rolle spielen das sind wahrliche Geisterteilchen unglaublich faszinierend letztendlich verdanken wir unsere eigene Existenz den Neutrinos aber das ist jetzt wieder ein neues Fass das ich aufmachen müsste also so eine Supernova Explosion bei der die Bestandteile aus denen wir bestehen aus denen unser Planet besteht die für uns Lebensnotwendigsten wir wir entstehen in einer solchen Supernova Explosion und die kann nur stattfinden weil die Neutrinos im entscheidenden Augenblick diese Hüllen von dieser Supernova nach außen schieben und drücken nur so kommt das Material überhaupt ins Interstellarium Medium nur so kann es dort abkühlen und zu Neuem werden bis hin zu uns Standard Modell das Standard Modell lehrt uns also es gibt eine ganze Reihe von Bestandteilen sechs Quarks sechs Leptonen wobei sich diese Leptonen in einer gewissen Form ineinander umwandeln da gibt es eine Umwandlungs Matrix wo man dann genau sieht mit welcher Wahrscheinlichkeit welcher zu welchem wird kann man das schön eintragen das ist die PMNS Matrix die zugehörigen Namen schreibe ich lieber hier an spreche ich eh nicht richtig aus im Zweifelsfall das ist so ähnlich wie bei den Quarks da hatten wir doch diese CKM diese Kabibu Kobayashi Maskava Matrix schon kennengelernt auch da findet man genau die Übergänge welches Quark wird mit welcher Wahrscheinlichkeit zu welchem anderen in einer spezifischen Reaktion und wir haben gesehen dass bestimmte Übergänge gar nicht stattfinden also bisher nie beobachtet worden das ist das System mit dem wir diese Welt im Augenblick beschreiben das sind die Bestandteile und wir haben gesehen dass wir ein bisschen Beinfreiheit brauchen innerhalb der Bestandteile da passiert alles mögliche hin und her aber es spielt sich auf diesem Spielfeld ab mit diesen Akteuren Tatsächlich werden wir dann noch einen weiteren Akteur brauchen um die Erkenntnisse zu befrieden in diesem System die jetzt noch gar nicht an der Oberfläche aufgetaucht sind zu denen wir erst gelangen werden wenn wir uns nächstes Mal über Gruppentheorie unterhalten werden das ist so der erste steile Anstieg ausgehend von unserem Basislager aber ich will jetzt gar nicht zu viel von ungelegten Eiern reden heute geht es mir um das Standard Modell um das Basislager und es wäre mir ganz wichtig dass Sie vielleicht in einer ruhigen Minute all diese Dinge die wir von diesen Feld Theorien gemacht haben einfach noch mal Revue passieren lassen das noch mal nachschauen und dass wir von hier aus wirklich ein gutes Fundament finden die Dinge anzugehen die dann noch auf uns warten damit habe ich Ihnen das Standard Modell vorgestellt zu den Myonen habe ich nicht viel erzählt die kennen Sie mittlerweile schon die haben wir in der speziellen Relativitätstheorie schon kennengelernt das waren die Teilchen die so schnell zerfallen und trotzdem bei uns auf der Oberfläche auftreten weil Sie mit der Zeit Dilatation diese Strecke zurücklegen das Tau ja ok zum Tau gibt es nicht viel zu erzählen das ist bevor Sie sich versehen ist es auch schon immer weg mit einer mittleren Lebensdauer von 0,29 Picosekunden zack und dann ist es schon zerfallen in eines seiner leichteren Geschwister oder auch in Hadronen da können auch Mesonen und Kaonen entstehen also das bringt halt ziemlich viel Masse mit und ist viel möglich ist viel Potenzial vorhanden deshalb fällt dazu die Geschichte ein bisschen kürzer aus warum es überhaupt drei Generationen gibt das ist ein Rätsel das wissen wir nicht das überhaupt gibt es ganz viele ganz viele Fragezeichen natürlich zu dieser Anzahl der Bestandteile dieses Standardmodells und besonders schön kommt es jetzt auch nicht daher mit diesen das sieht jetzt witziger aus mit diesen sechs Quarks und sechs Leptonen und diesen Austausch Bosonen ich gebe Ihnen einmal noch einen ungeschönten Blick auf die wirkliche Mathematik dahinter also einmal die Lagrange Dichte des Standardmodells da ist alles drin diese ganzen Hin und Her Wandlereien von denen ich hier mühsam gesprochen habe dann diese Links Rechts Geschichte wenn Sie sich erinnern bei der schwachen Wechselwirkung diesen Links Fable der schwachen Wechselwirkung linkshändige Teilchen koppeln an dieses Feld Rechtshändige nicht aber rechtshändige Antiteilchen während linkshändige Antiteilchen nicht koppeln also all das ist jetzt hier eingearbeitet eine Lagrange Dichte sie sieht folgendermaßen aus und dieses geschwungene L das erinnert uns daran dass wir eine Dichte haben das heißt wir müssen erstmal über den Raum und dann über die Zeit auf integrieren und dann könnten wir damit eine Wirkung uns basteln und dann genau sagen mit welcher Amplitude ein Teilchen das irgendwo startet durch welche Wechselwirkung auch immer dieses Standmodells an einem anderen Punkt der Raumzeit dann wieder rauskommt das 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 ist schon eine mächtige Lagrange Dichte hier da ist alles drin es ist keine Frage mehr von können wir die Welt verstehen können wir die Welt berechnen es ist mehr eine Frage von können wir die Welt nur am Großrechner berechnen nur mit numerischen Verfahren was ist da los also die Ästheten stören sich an ja an diesem ausladenden hässlichen Aufbau ihr hätten seid gerne einfacher auch da werden wir uns noch detailliert dazu unterhalten müssen über diese Bestrebung einer großen vereinheitlichen Theorie der Frage ist da nicht vielleicht noch was dahinter ist nicht die Tatsache dass es etwas so kompliziert daherkommt eher ein Indiz dafür dass wir noch nicht die dahinter liegende wirkliche fundamentale Theorie verstanden haben auch da gibt es Beschreibungen da werden wir noch hin müssen also wir haben schon noch ein gutes Stück Weg vor uns wir haben noch spannende schöne Gipfel die wir besteigen wollen da freue ich mich drauf einstweilen gebe ich uns Kurt Tucholsky auf den Weg ich glaube er war es der mal gesagt hat lasst uns das Leben genießen solange wir es nicht verstehen das Leben so gibt was wie sie die Vielen Dank.